Sehr geehrte Fluggäste, wir bitten Sie um Aufmerksamkeit für die internationalen Sicherheitsbestimmungen. Öffnen Sie die Gepäckfächer vorsichtig, damit nichts herausfallen kann. Verstauen Sie Ihr Handgepäck und größere elektronische Geräte im Gepäckfach über Ihnen. Kleinere Gegenstände können unter dem Vordersitz platziert werden. Ausgenommen davon sind Notausgangsreihen. Schalten Sie für den gesamten Flug Ihr Mobiltelefon und elektronische Geräte in den Flugmodus oder vollständig aus. Die WLAN- und Bluetooth-Funktion können Sie während Ihres gesamten Aufenthalts an Bord nutzen. Sollte Ihr elektronisches Gerät heiß werden, zu rauchen beginnen oder in einen nicht zugänglichen Bereich Ihres Sitzes fallen, bewegen Sie den Sitz nicht und rufen Sie die Crew. Der USB-Anschluss und die Steckdose dürfen für Start und Landung nicht verwendet werden. Seien Sie achtsam, wenn Sie Ihr elektronisches Gerät während des Fluges aufladen. Bitte schließen Sie Ihren Sitzgurt und ziehen Sie ihn fest. Durch Aufklappen des oberen Teils der Schnalle können Sie den Gurt wieder öffnen. Ist Ihr Sitz mit einem Schultergurt ausgestattet, muss dieser zusätzlich angelegt werden. Durch Drücken der Entriegelungstaste können Sie den Gurt wieder öffnen. Aus Sicherheitsgründen sind Sie verpflichtet, sich anzuschnallen, sobald Sie Ihren Sitzplatz eingenommen haben. Das gilt auch dann, wenn die Anschnallzeichen ausgeschaltet sind. Sicherheitsgurte für Kleinkinder verteilt unsere Crew. Rauchen an Bord ist nicht gestattet. Das gilt auch für elektronische Zigaretten. Über Ihren Sitzen befinden sich Sauerstoffmasken, die bei einem Druckverlust automatisch herausfallen. In der Business Class ziehen Sie an dem roten Griff, damit die Masken ganz herunterfallen. Nehmen Sie die nächste Maske, drücken Sie die Öffnung über Nase und Mund und befestigen Sie das Band um Ihren Kopf. Legen Sie zuerst Ihre eigene Maske an. Anschließend helfen Sie Kindern und anderen Passagieren. Unser Flugzeug hat acht Notausgänge. Diese sind entsprechend gekennzeichnet. Leuchtmarkierungen führen zu diesen Ausgängen. Verlassen Sie das Flugzeug über die Notrutschen. Bei einer Notwasserung können die Rutschen als Rettungsboote verwendet werden. Im Falle einer Notlandung ziehen Sie Ihren Sitzgurt straff und nehmen Sie die korrekte Schutzhaltung ein. Ihr Handgepäck und Schuhe mit hohen Absätzen müssen an Bord bleiben. Ihre Schwimmweste finden Sie entweder unter oder neben Ihrem Sitz. Nur auf unsere Anweisung hin, nehmen Sie diese hervor, öffnen Sie die Verpackung und ziehen Sie die Schwimmweste über Ihren Kopf. Vergewissern Sie sich, dass sich das rote Mundstück vorne befindet. Schließen Sie das Band vorne und ziehen Sie es fest. Erst bei der Flugzeugtüre ziehen Sie in dem roten Griff, um die Schwimmweste aufzublasen. Durch das rote Mundstück kann zusätzlich noch Luft eingeblasen werden. Überkreuzen Sie mit beiden Armen Ihre Schwimmweste. Falls erforderlich, werden Schwimmwesten für Kleinkinder verteilt. Wir starten in Kürze. Bitte stellen Sie die Rückenlehne senkrecht und verstauen Sie Ihren Tisch. Die Helligkeit des Fensters wird von der Crew angepasst. Bringen Sie die Fußstütze, den Bildschirm und die Fernbedienung in die Originalposition. Machen Sie sich bitte vor dem Start mit den Sicherheitsanweisungen auf der Sicherheitskarte in Ihrem Sitzbereich vertraut. Beachten Sie Hinweisschilder, Leuchtzeichen sowie die Anweisungen der Crew. Bei Fragen sind wir gerne für Sie da. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Flug mit Austrian Airlines.